Good luck and high five, sag ich schon mal. Das ist ja schon mit dem dritten Spiel. Na dann, auf geht's. Auf ins Gemetzel. Oh Gott, hier gegen vier sehr krank. Weilingen, wir kommen in ein Match rein, wo wir zuviert drin sind und ich glaube wir haben eben alleine gespielt, gast also so. Oh da sind gerade alle von denen raus! Und abgefangen. Nein, 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 nein. Ich springt dran vor, Fall. Guter Schuss. Danke. Ich bin das voll provozierend, Alter, wenn die da oben links immer so was machen ey. Ja man, volle Kammel. Haltet doch einfach die Klappe. Ich bleib hinten. Wollen alle aufs Maul. Au. Oh sorry. Doch, doch. Eine echt schöne Trio. Oh, das sind voll die Oberpfoten. Nein, der hat mich angefahren. Blöder Penner. Sorry. Geht schon, geht schon. Den haben wir schön drüber gehoben, dass sie mich erwischen. Oh, schön schmiele. Ja, bin nur mit. Noch ein Stück. Oh shit. Oh shit. Oh nice. Und nach vorne. Nice. Geiler. Geiler Hit. Geiler Hit. Geiler Hit. Ui. Alter, bumm. Wer zerstört den ersten? Wer sonst? Scheiße. Oh fuck. Ich hab gepennt. Der hat mich fast gehabt. Oh nein. Nein, passiert nichts. Der hat mich fast. Der hat mich fast abgefahren. Nee, Mann. Volles Gegenteil. Go Cady. Ja, der sieht gut aus. Der ist gut aus. Nein, der hat ihn abgefahren. Oh no. Wee, nice push. Weg mit dem Ball. Weg mit der Pille vom Tor. Von unserem. Und Cady. Ohhhh. Ohhhh. Nein. Kacke. Aber. Der war auch nicht schlecht. Der war sehr schön. Nein. Oh, oben drüber. Wow. Oh mein Gott. Mäutsch. 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 Doch. Nein. Noi. Wo ist die Schmähle? Epic Fail. Komplett rüber gesprungen über die Pille. Guck dir das an. Weeeeee! 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 Ja gut, shit happens! Pushy! Wo ist das Ball? Wow, der Typ verliert halt einfach! Ist geil! Nach vorne damit! Uuuuh! Ja ja ja! Jaaaa! Dieses Battle zwischen Kathi und mir! Ah, Kathi, mein Ball! Klikk! Geil! Sehr, sehr schön! Das können wir noch drehen! Ich bleib hinten! Schaut euch die Typen an, wie sie rumflogen! Oh shit! Nein! Oh! Sorry, hoppla! Hm, hoppla! Wie süß, Alter, neue Tampram! Das war eigentlich doch nicht! Daaa! Hallo, Push! Ah, ist da! Au! Au! Oh! Der wär fast schieb gegangen! Aua, Cut! Kackel, Mann! Der hat mich zerstört! Jetzt hier! Ja! Nach vorne! Nach vorne! Nach vorne! Der Schmiele! Ah! Nein! Zu viel! Der hat einen Meter gefehlt! Hallo, Pushy! Hallo, Pushy! Aua! Oh, Gott! Was geht hier ab? Das ist echt absolutes Chaos! Der ist ja entkrankt! Was zur Hölle, Mann! Du kannst nicht machen, ich verahne! Boah! Ich hab dich zu schön den nächsten! Oh, Entschuldigung! Nein! Da bleich jetzt schön drauf zu! Oh, Fuck! Komm, wir haben noch 20 Sekunden, Leute! Ah, warum spring ich drüber? Die letzten 10 Sekunden machen wir jetzt das Tor! Da kommt der Ball von Kady! Oh! Oh, Scheiße! Der war richtig gut! Oh! Oh! So muss das laufen! Geil! Hahaha! Damn, damn, damn! Tschö! Er freut mich! Und da hat er auch schon seine Hex an! Und Verlängerung! Verlängerung! Hoppala! Autschie! Fast! Ach! Oh, komm! Oh, nein! Kacke! Ich bin so schlecht! Au! Oh! Boah! Wieso fliege ich jetzt hier in der Gegend rum, Mann! Wie hat denn das funktioniert? Knapp! Vorsicht! Der war knapp! Oh, Entschuldigung! Alter, ich werd ja permanent gerammt! Nein! Oh! Oh! Geil! Oh! Geil! Geil! Oh! Ich bin ab und zu mal zu was zu gebrauchen! Und? Ab und zu mal zu was zu gebrauchen! Er hat ihn gehalten! Ja, da geht's schön in die Mitte! Los! Oh nein! Oh! Oh! Krass! Applaus! Comeback! Wir haben zwar schön was kassiert am Anfang aber noch rausgeholt! Geil! Ich liebe diesen, diesen Regenbogen parkierten Spurmann! Genau nicht! Ich find's richtig cool! Alter, haben wir die noch gekickt? Aber richtig! Und ich spiel trotzdem! Torhüter! Spielentscheider und Abräuber! 79 Autoberührungen! Ich hab ne... 79... Kartoffelantenne bekommen! Kartoffelantenne! Geil! Nice! Was spielt ihr gerade? Rocket League! Rocket League! Warst alle zusammen? Ja! Ja, klar! Nice! Ja, ist nice! Ah, dann geh ich mal zu den Black Ops... Plebs gucken! Ja, pleb du ruhig ein bisschen rum da! Ja, ich hab's nicht mal auf meinem PC gerade! Hm? Bereit? Ich dachte, ich hat schon... Moin Swiss! Wir haben noch nicht gesagt, dass wir dich dabei haben wollen, Ake! Äh, ich sagte doch, dass ich runter zu den Black Ops Leuten geh! Ja? Bezieh dich! Außen kann man doch gar nicht 5 gegen 5 spielen! Äh, doch, ich glaub schon! 6 gegen 6 ist er da, glaub ich! Hab ich gesehen vorhin! Au! Ich hab aber auch wieder noch installiert... Oh, schön in die Mitte! Na, stimmt, ja! Au! Scheiße gekackt! Ja, ich glaub ich bin dann jetzt erstmal so eine halbe Stunde... AFK, solange die Scheiße downloadet... AFK. Wie bitte? AFK. Oh, fuck! AFK! Ja, Cady, das ist doch ein super Name, dass ich dich jetzt Ketzen nenne, oder? Ja, ich find Ketzen eigentlich echt nice! Ketzen ist super! Boah, Mann! Ja, du klingt irgendwie komisch, jetzt irgendwas passiert oder so... Ich? Hm? Ja, du! Ich kling komisch? Nee, Mann! Lecker voll! Ich hab grad... Alter, ich hatte grad mit ELEPHANT die behindertste Runde, Rainbow Six, der Welt, Mann! Oh Mann, warum? Nur... Also mindestens drei Hacker, die durch Wände geschossen haben. Na geil. In Ranked. Also richtig schön, also richtig ohne zu zielen Headshots durch Wände gegeben haben. Also Wallhack und Aimbots, also richtig rennt, also richtig reinrennt. Normalerweise spielen die ja noch richtig und wallhacken dann dabei, aber nicht, dass sie einfach nur rushen, egal Verteidiger oder Angreifer. Ja, richtig einfach... Nein, 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 nein! Oh du... Wer war auch noch fast ran? Zero, warst du das? Nein, Puschel glaub ich. Naja, ich war das da... Ahhhh, dammit! Oh, nicht wirklich... Aber wie du noch eingesprungen kannst! Ja, dann noch den Turbo gezündet! I need my turbo! Ich bleib! So... Er fliegt einfach eiskalt über mich drüber, dieser Fall. Oh, und er holt ihn von der Wand. Oh mein Gott, das wird noch... Nein, nein, nein! Ops, katt! Hm... Also es ist ja scheinbar so, dass diese ganzen ESL-Spieler und so weiter... Wenn die... Äh... Anspielen... Fahren immer die von der Seite. Und die anderen bleiben hinten. Es scheinbar, dass es von der Seite ein bisschen kürzerer Weg sind zum Ball. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist auf jeden Fall irgendwie so. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir sind keine ESL-Spieler, wir spielen zu Spaß. Kacknups! Genau, Kacknups! Ja, war's, die Hitbox in Rainbow Six ist keiner, wenn man sich nach rechts lehnt. Das ist wahr. Ja. Aber es macht halt wenig Unterschied, weil es lohnt sich echt selten, sich nach rechts zu lehnen. Warum? Weil das nur Sinn macht, wenn man weg geht. PUSCH! Nein, ja! Nein, nein! Oh man! Er rollt einfach ins vorkopf. Jeder ist einfach nur gemütlich da rein rollen! Nnnnnn. Das war geil! Das war richtig geil! Okay, ich. Spick! Ich habe gleich mal einen Gegner weggeschossen. Oh! Ich bin halt unter. Ja und voll verfehlt. Na gut. Einfach nur den Schuss aufs Tor blocken. Kein boost, kein boost, kein boost. Nein! Scheiße. Oh, nice. Boah, da hat er versucht zu pflicken. Nein! Shit. Der Typ, man. Oh, nice, Busch. Einfach rückwärts fahren. Im Rückwärtsgang. Und da kommt er wieder zurück. Boah, ich lag in dem Spiel jetzt aber richtig hart rum. Woah, Push! Ich fliege aber langsam jetzt. I need boost. Ja, ich bin jetzt mal kurz AFKs, wenn die ganze Scheiße downloadet. Und? Ah, shit. Jo, tschüss. Viel Spaß dabei. Und der ist in der Mitte. Push! Nein! Er hat den Lock geklappt. Oh, shit. Und am Tor. Oh, schön erwischt. Oh, mein Gott. Das ist... Nein! Nein! Das ist gefährlich. Ja, Mann. Sehr gefährlich. Los, los! Push! Ab nach vorne! Ich muss an die Decke fahren! Oh, rein! Oh, rein! 속art EXK! Oh, las ja! Jetzt gehen 묽! Wir machen erstmal alles. Da kann man was sehen. What the fuck! Kann er von, von vorne kommen? was ist hier für ein match man immer 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 gleichstand das wäre so schön geworden alle drei stehen sie im turm es auch auch Ich hatte keinen Boost! Fall ab! Nein! Jawoll! Jesus, mal her! Uiuiuiui! Uiuiui! Nein, feilektiert! Na gut, der war berechtigt. Ne, er hat ihn nicht mal mit gerührt. Ne, er hat ihn nicht mal mit gerührt. Äh, Rufung ist schon gewohnt, wie du möchtest. Alles klar. Tschüss! Ich hab ein Papierschiff. Okay, go. KI. Kann man machen. Kann man machen. Ne, verzieh dich. Was? Hoppla! Hoppla! Ich bin schon wieder. Ich weiß auch nicht, ich wusste halt ein paar und dann kommt halt irgend so ein Honk und stellt sich mir den Weg. Krieg ich jetzt auch nichts für. Hehe, ja. Hoppla. Oh, du verstehst doch nicht. Oh no! Er ging drüber, ganz knapp. Oh, oh, oh. Nein! Nein! Scheiße! Ich hab... Kommt nicht. Nein! Was machst du hier? Ekel! Geh! Ja, ich hab dich aufhör'n wie Skatty. Alles gut. Gushy! Na, wir haben das Ziel. Nice! Ich bin gerade hotline. Ich hab Spaß. Oh, wir sind gerade alle Rocket League, die haben auch Spaß. Wir haben viel mehr Spaß als du. Wie? Ja. Ja. Oder zusammen. Du hast nur alleine Spaß. Da, 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 da. Nein, ich habe auch Spaß mit ganz vielen Leuten hier. Ja, ja. Fahre weiter. Kann man mit ganz vielen random Schwasties. Genau. Vielleicht ekelhaften alten Männern. Fisch riechen. So wie du! Ich sag mal so, ne? Ich bin nicht die Person, die die Zahl 100 vor ihrem Namen hat, ne? Ja. Oh, rein damit, rein damit! Nice! Juuu! What the fuck? Ich hab mir den Ball selber vorgelegt, ja? Wie hat das funktioniert, Mann? Keine Ahnung, ich bin einfach noch reingeprettert. Warum? Hattie, dein Ball wäre nicht reingegangen. Nein, ich hab ihn reingegangen. Nein, ich hab ihn reingegangen. Nein, ich hab ihn reingegangen. Au! Wieso? Wo? Ich hab ihn weggelegt. Jetzt führen wir mit anderen Ball odervey? Ich hab' ihn da wegge domu und Meinen... Ich hab' ihn aufgepasst. Wieso? Was denn vaddam? Hört auf mich condemn! Opa! Da steh' ich nicht drauf. Bei 4 gegen 4 hat er nichts zu verhindern, Mann. 4 gegen 4. Läuft bei euch, Alter. Du hast es ja nicht. Oh, sorry. Oh, nein. Die werfen sich einfach mitten rein. Er hat knapp über mich drüber geschafft. Ich werde mir kein Rocket-Eco machen. Ich bin langweilig. Warum nicht? Was ist das mit dir? Ich bin langweilig. Bescheuert? So, was ist das mit dir? Geh mal. Hallo. So langweilig. Raus aus dem Channel. Guck. Ich zieh dich. Beraar. Das ist so. Kevin, morgen ernsthaft hab ich gehört. Also du und ich, aber ich. Wow. Wo? Scheiße, ey. Einer, was haben wir eigentlich am Mittwoch für ein Motto? Weil, ich glaube, Hippie. Ich bin mir aber auch kaputt. Ach, das ist sehr schön. Hi, Busch. Hallo. Ich guck mal kurz nach. Nein. Oh komm, nein. Jetzt werde ich geblockt. Nein. Ich wollte springen und den Ball wegkicken und dann lockt mich jemand. Warum es gibt sie niemanden? Mittwoch ist... Oh, Schmiele hat mich so richtig drauf geflochen. Kevin, Mittwoch ist Hippie und Donnerstag ist Assi. Bleib hin. Da gibt es Zwilling. Denk dran. Pfff. Da wird Kathi wieder jeden siamesisches Kleid auspacken. Mein Schwangerschaftskleid. Das war das dritte. Das, was du auch ab und zu normal trinkst. Was? Ja, brauchst du das als sorry? Ja, halt. Bauch und... Was? Hallo? Lass mal meine Tochter bitte. Ich will dann Kathi, wenn du später eine Tochter bekommst, ne? Der ist dirty, ja? Boah, Junge, Alter. Ich werde... Junge, ich werde... Kathi, ich werde demnächst deine Gespräche hier aufnehmen und die später deiner Tochter zeigen, Alter. Die wird so verstört, ne? Die wird so... Genau so. Oh, Scheiße. Und dann halt einfach auswandern, Leute. Ich hab jemanden gemessert und das heißt Hilfe zählt als Kill. Willst du mich verarschen? Ja? 75 Schaden. WTF? Aber ich hab den doch gefinisht mit meinem Messer, warum ist das denn eine Hilfe? Das hast du nicht gefinisht. Ich hab diese Messer-Animation gemacht. Das sah voll cool aus. Oh, sorry. Alles gut. Boah. Nein. Nein, zu weit. Schade. Oh, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Auf mich nachts öffnen, du stinker. Oh, nein, warte. Wie bitte, Marcel? Exakt. Wow. Tati, was war eigentlich eine Reaktion zu Marcel? Alles Video. Ach. Welches? Das mit dem Fuß? Ja. Der hat gelacht und hat sich danach einfach runtergeholt. Nein, ich hab einen Block rausgeholt mit dem Stift und eine neue Foltermaschine erfunden. Und dieses ist gerade in der Produktion. Sehr schön. Und dann werde ich Marcel aufsuchen. Kann man ja mal machen, oder? Ja. Ja. Ich mein, ich find Füße schon hart. Oh, und rein damit. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Er passt dir genau ins Tor. Oh. Tati? Hm? Was sahen die Füße denn in deinen Augen attraktiv aus? Halt deine Fresse Wasser rein. Halt einfach dein Maul. Wirklich. Machen wir nicht böse. Ich bin gut gelaunt heute. Fandest du die cool? Ich glaub der war sogar schwarz, ne? Das heißt, ein größerer Fuß. Oh, Mann. Autsch. Ja. Nein. Wtf. Ich hab den mal voll getroffen. Das gibt's nicht. Ey, komm. Das war ne Klatsche. Das war ne richtige Klatsche. Diese Penner, Mann. Die Map ist scheiße. Die schummeln. Die hacken alle. Die schummeln. Die haben so'n Schuss-Hack. Keine Ahnung. Ja, genau. Die haben so'n... Der Automatisch-Hack. So'n Magnet. Die haben Magneten im Ball. Kein Tor mehr. Ich will neue Gegner. Ich auch. Ja, ich auch. Toll, jetzt hab ich die Blubberblasen bekommen. Grandios. Also, zurück zum Hauptmenü.